Nachdem nun die Protokolle des Robert-Koch-Institutes, wenn auch in geschwärzter Form, veröffentlicht worden sind, sollte man eigentlich meinen, dass es jetzt Zeit für die Aufarbeitung wäre. Aber falsch gedacht. Da wird nichts an Aufarbeitung kommen. Auch wenn jetzt ein neuer Name, und zwar sogar aus dem Bereich des Militärs, genannt wird. Denn die Ethikratsvorsitzende Alena Büx, die sagte damals im November 2023, da wird nichts kommen. Denn ihr, und damit meinte sie die Medien, habt alle mitgemacht. Da gibt es ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen und natürlich auch zu sagen, ihr Politikerinnen und Politiker, und im Übrigen, sie wären da ja nicht außen vor. Das wissen sie ganz genau. Also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen. Und damit herzlich willkommen in meiner kleinen News-Küche. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr neu auf diesem Kanal sein solltet, auch euch allen ein wirklich herzliches Willkommen. Ja, was momentan gerade im Sinne der, beziehungsweise im Zusammenhang mit den Robert-Koch-Institut-Protokollen hier gerade passiert, erinnert mich an einige Romane, die ich, ja sagen wir mal so, als ich noch jung war, sprich Mitte 30, gelesen habe. Da ging es um Spionage und alles Mögliche und wie dann eins zum anderen geführt hat. Ja, und genau das ist das, was wir jetzt hier gerade wirklich, ja, was wir hier gerade erleben. Jeden Tag kommen neue Informationen ans Tageslicht. Jeden Tag verstricken sich immer mehr Menschen in Widersprüche. Jeden Tag wird versucht, die Sachen, die damals passiert sind, irgendwie nicht nur schön zu reden, sondern auch zu relativieren. Zwar hat die Veröffentlichung der Protokolle des RKI eine neue Debatte um die Aufarbeitung der Pandemiezeit befeuert. Das sagte zum Beispiel und das forderte zum Beispiel auch der ehemalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen und ehemalige Kanzlerkandidat der Union Armin Laschet im ZDF Heute-Journal. Denn wörtlich sagte er, nun müsse wirklich alles offengelegt werden. Doch, ja, auch wenn die Protokolle des RKI zumindestens im Ansatz belegen, dass auch innerhalb des Robert-Koch-Institutes vehement um das Für und das Wider von Maßnahmen oder sonstigen Sachen gestritten worden ist, am Ende kam es halt alles anders. Und jeder weiß das. Ihr wisst das. Ich weiß das. Ja, also alle, die jetzt nicht unbedingt die letzten Jahre unter einem Stein gelebt haben, wissen, was in dieser Zeit passiert ist. Und so wie sich jetzt wohl herausstellt, wurden diese abweichenden Meinungen, diese Debatten, diese, man könnte es auch vielleicht anders handhaben, von einer Person im Grunde genommen komplett vom Tisch gewischt. Denn in den sozialen Medien geistert seit heute Morgen ein komplett neuer Name im Zusammenhang mit den Protokollen des Robert-Koch-Institutes. Und zwar der Name von Generalstabsarzt Dr. Hans-Ulrich Holtherm. Dr. Hans-Ulrich Holtherm ist seit dem 1. März 2020 Leiter der Abteilung 6 des Bundesministeriums für Gesundheit. Und dort verantwortlich für Gesundheitssicherheit, Gesundheitsschutz und Nachhaltigkeit. Also der Mann bekleidet schon eine recht hohe Position. Denn diese Theorie stellen Tom Laussen, Robert Stein und Andreas Beutel in ihrem Podcast Homeoffice mit der Nummer 425, welches ich euch auch unten verlinkt habe, einmal auf. Und zwar haben sie dort mit Hilfe von künstlicher Intelligenz versucht nachzuvollziehen, welcher Name hinter den geschwärzten Abschnitten der Protokolle des Robert-Koch-Institutes stehen würde. Aber seht einmal selbst. Es gab Anfrage vom BMI, warum das R mit zwei Nachkommastellen berichtet wird. Scheingenauigkeit gegeben 0,5er Schritte wird nicht kommentiert. Herr Holtherm hat an BMI kommuniziert, dass es sich um eine Anweisung von Herrn Spahn gehandelt hat, die das RKI umsetzen sollte bei der Darstellung der EPI-Kurve nach Melle. Ach guck mal, dann ist es Herr Holtherm. Vor allen Dingen sehe ich jetzt auch, die Länge passt auch ganz genau in die Schwärzung. Ich wusste immer nicht, ob Franz Ulrich oder General, aber es ist Herr Holtherm, definitiv. Okay, dann habe ich ja heute schon, dann hast du mir ja sehr geholfen. Obwohl mir es ja egal ist, wer es war. Es geht ja nur darum, wer konnte das machen und das ist Herr Holtherm gewesen. Also das ist ja so ein bisschen wie so ein Rätsel, das wir jetzt enthüllt haben. Ja und was die Aufklärung anbelangt, da blocken momentan vor allem die SPD und die Grünen. Also die sind vehement gegen die Einsetzung einer Enquete-Kommission, obwohl ihr Koalitionspartner FDP dies zusammen mit der Opposition fordert. Aber noch, ja, ja, wahrt die FDP den Koalitionsfrieden. Prinzipiell könnte durch die Veröffentlichung der Protokolle des RKIs nun erneut ein wenig Druck aufgebaut werden, sodass am Ende auch die SPD und die Grünen dazu stimmen würden. Einige der Grünen, ja, die haben ihre Meinung anscheinend schon geändert. Ob es am Ende wirklich zu einer Enquete-Kommission kommt, das sei jetzt mal dahingestellt und das steht noch ein wenig in den Sternen. Denn vor allem diejenigen, die in der damaligen Zeit eine tragende Rolle gespielt haben, die wehren sich jetzt vehement gegen eine weitere Aufarbeitung. Also da heißt es dann, ja, das wäre halt demokratiegefährdend oder das könnte das Vertrauen in der Bevölkerung erschüttern, wenn ich jetzt mal einen ehemaligen Innenminister zitieren darf. Unter anderem fallen da zum Beispiel Namen wie Christian Drosten, der sich gegen die Einsetzung einer Enquete-Kommission und gegen eine weitere Aufarbeitung der Pandemiezeit wehrt. Genauso fallen aber auch die Namen des jetzigen Gesundheitsministers Karl Lauterbach oder aber auch des ehemaligen Kanzleramtsministers Helge Braun. Karl Lauterbach sprach in diesem Fall, was die Pandemie von damals anbelangt, sogar davon, dass halt Fehlerchen gemacht worden sind, aber man ja selbst alles in allem gut durch diese Zeit gekommen wäre. Und wenn man sich so fragt, ja, gut durch diese Zeit gekommen und sich überlegt, was ist eigentlich damals alles passiert, egal ob das jetzt im kleineren Bereich, also im individuellen Bereich gewesen ist oder großflächig, in dem man, ja, zum Beispiel ganze Industriezweige stillgelegt hat, da fragt man sich, warum haben die Medien das eigentlich alles unisono mitgemacht? Wo war eigentlich die Kritik? Wo war eigentlich das investigative Nachfragen? Naja, darauf hat im Grunde die Ethikratsvorsitzende Alena Büx schon im November 2023, also erst vor einigen Monaten, eine Antwort gegeben, obwohl sie im Dezember 2021 noch für eine Ausweitung der Impfpflicht war. Ja, so schnell dreht sich dann halt das Blatt. Aber, wie gesagt, auch hier schaut selbst, was die Ethikratsvorsitzende in Bezug auf die Aufarbeitung und, ja, in Bezug auf die Rolle der Medien beim Presseclub gesagt hat. Wir machen das auch, aber wir sollten es, ich halte das für wichtig, welche Art, das muss dann, wenn man es politisch macht, wirklich gut gestaltet sein. Denn meine Sorge wäre, dass diejenigen, die jetzt nach Schuldigen suchen und zwar ehrlich gesagt egal, ob begründet oder unbegründet, da gibt es ein tiefes Bedürfnis danach, Schuldige zu suchen und natürlich auch zu sagen, ihr Politikerinnen und Politiker, und im Übrigen, sie wären da ja nicht außen vor. Das wissen sie ganz genau. Also das würde ja die Medienschaffenden ganz genauso betreffen. Ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk und was weiß ich. Also sie sind ja, da soll Zweifel gesät werden. Das ist meine Sorge, dass das genutzt würde, dass Zweifel gesät wird an diesen demokratischen Institutionen, an der Politik insgesamt. Es war alles falsch, war alles böse. Sie haben alle falsch berichtet. Sie hatten alle den Maulkorps. Sie waren gleichgeschaltet und so. All diese Geschichten, die man im Moment hört, das müsste man vermeiden. Und ich denke, damit ist, was die Robert-Koch-Instituts-Protokolle anbelangt, noch ein wenig mehr Licht ins Dunkel gekommen. Und wir können auch sehen, warum sich momentan so viele Verantwortliche versuchen, aus der Schusslinie zu bringen. Und was wir auch sehen konnten ist, warum die Medien dieses Spiel halt mitgespielt haben. Von daher, meine Lieben, ich danke euch recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch allen noch einen wirklich tollen Tag, beste Gesundheit. Und ich bin im Übrigen der Meinung, dass eine Regierung, die 68,8 Milliarden Euro und über 8.000 Projekten in 110 Ländern dieser Erde und 48,2 Milliarden Euro auf Grundlage der illegalen Migration hier in Deutschland ausgibt, aber uns allen sagt, dass wir alle nun den Gürtel enger schnallen sollen und mehr Steuern zahlen müssen, einfach abgewählt gehört.